Pet Recycling? Ich? Immer. Naja, ausser vielleicht im Tram. Aber da hat's auch keine Petbox. Und darum rühre ich die Petflaschen trotzdem mehr normal über, wenn ich aussteige. Ich weiss, das ist blöd. Leere Petflaschen sind kein Abfall. Einfach bis zur nächsten Petbox mitnehmen und recyceln. Pet Recycling geht immer.